Die K-Kings Die K-Kings Ich spiele Warhammer seit der zweiten Edition, damals noch als kleiner Junge mit meinem Bruder und seinen Freunden kleine Figuren durch rumgeschubst und gegen Ende der achten Edition habe ich gesagt, Mensch, ich will richtig durchstarten. Die neunte Edition angefangen mit Turnieren und mich hat das Fieberdreck gepackt. Danach direkt Bootcamp an verschiedenen Orten, unter anderem in Bedburg. Größe gehen raus natürlich nach da oben oder nach da drüben. Das hat mega Spaß gemacht. Zwei Tage. Sackknallhartes Warhammer. Das macht richtig Spaß. Ich habe meine Freunde angesteckt. Es ist ein geiles Hobby. Seien wir mal ehrlich. Ja. Und welcher Ort ist da der beste, um richtig durchzustarten? Natürlich bei den Kings of the Hill hier auf dem Kanal. Finde ich schon cool. So, meinen Drang nach Wettkampf, den habe ich ursprünglich aus Counter-Strike, damals professionell gespielt, 1.1, 1.6, so diese Ära. Auch Counter-Strike Go, also Global Offensive gespielt. Da natürlich auch als Spieler unterwegs in Ligen und so weiter und so fort. Aber, was ich für mich entdeckt habe, ist das Coaching. Und das werden wir zukünftig, wenn ihr dranbleibt, auch auf diesem Kanal hier erleben. Seid gespannt. Genau. Und welche Armeen spiele ich? Wie ihr unschwer erkennen könnt, die Schwesternflügel haben wir genug, Engel haben wir genug. Ja, die Schwestern sind momentan meine Hauptarmee. Da, wo ich mein Augenmerk drauf lege, es macht einfach Spaß, Spielzüge komplett zu planen und durchführen zu können, ohne dass was schief läuft, mit den Miracle Die. Man braucht nicht die Würfelgötter anzubeten. Es klappt. Sie haben super viele Tricks auf Lager. Sie sind relativ, und das wirklich in Anführungszeichen, unbekannt bei vielen Spielern. Sie haben viele ausgeklügelte Mechanics, die ich einfach spannend finde. Darüber hinaus spiele ich auch Craftworld Elder. Da spiele ich sie aus dem Grund, sie sind super schnell. Sie haben diese Zauberei. Sie haben diesen Charaktersupport. Sie haben spezialisierte Truppen. Nur in der 9. Edition klappt es jetzt noch nicht so ganz. Müssen wir mal schauen, dass wir da mal ein neues Buch bekommen. Oder wir finden neue Listen gegen das Space Mobimeter. Das ist ja jetzt so ein bisschen Codex und so weiter und so fort. Und die dritte Hauptarmee, so möchte ich das mal nennen, man hat natürlich irgendwie von allem so ein bisschen mal was gekauft oder rumfliegen, Pile of Shame, sind die Grey Knights. Grey Knights ist auch mega spannend. Ich glaube, ich stehe entweder auf Zaubern oder ich weiß es nicht. Sie sind sehr elitär, haben super coolen Punch, halten was aus. Ja, aber hauptsächlich bei mir momentan im Kurs. Ganz oben sind die Schwestern der Lust, wie der Adrian sie immer nennt. Ja, was meine Mission hier auf dem Channel, meine Mission ist, als allererstes eine Videoreihe mit euch zusammen auf den Kanal hier zu bringen. Ein Deep Dive für die Sisters of Battle. Wirklich von A bis Z. Wenn ihr die Sisters noch gar nicht kennt, ihr wollt sie aber kennenlernen, schaltet ein. Wenn ihr die Sisters bereits kennt, aber ihr wisst nicht genau, wie soll man dagegen spielen, umso besser. Schaltet ein, wir schauen uns das gemeinsam an. Und selbst wenn ihr die Sisters bereits kennt und ihr auch könnt, einschalten. Ganz klar, teilt euer Wissen, teilt eure Tipps und vielleicht nehmt ihr auch die eine oder andere Sache dann noch von mir mit. Und nur so kann unser Wissen sich erweitern, indem wir das Ganze einfach mal zusammen anpacken. Ja, des Weiteren möchte ich den Kings etwas zurückgeben. Ich möchte sie unterstützen. Ich möchte die Technik und die Qualität pushen, nach vorne aufs nächste Level bringen, um geilen, kompetitiven 40k Content zu bringen. Ich habe mir lange Zeit den Content kostenfrei angesehen und jetzt habe ich die Möglichkeit, was zurückzugeben, den Kings zurückzugeben und natürlich auch euch, den Viewern und der gesamten Community. Ich freue mich mega. Ich bin super aufgeregt. Ich hoffe, ihr seid es auch. Ich wünsche euch einen super Start ins Wochenende. Lasst die Wöffel rollen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.